Das Wochenende ist gerade rum und man ist fröhlich in die neue Woche gegangen, nämlich mit der Voraussage dessen, was sich vor dem Wochenende ergeben hat. 24, wir sehen das hier beim Index, eine schöne Aufwärtsbewegung. Die sieht, finde ich, gar nicht so schlecht aus. Ein Rücksetzer ist jetzt gar nicht böse unbedingt, muss nicht unbedingt schlimm sein, denn solange das so Rücksetzer sind dieser Natur, gucken wir uns das mal ganz schnell an beim Index, wenn wir schon sagen, das ist jetzt seit dem tiefsten, ja, das ist der tiefste Punkt vorläufig jetzt hier in diesem Chart, keine Sorge, der DAX war natürlich schon tiefer, aber jetzt aktuell, dann haben wir dieses hier als die Spanne, die der Markt zumindest mal im Index so durchlaufen ist und wir sehen, dass wir bisher zur Hälfte reingelaufen sind. Wir sehen, dass wir ja eigentlich ganz gerne, das ist so die Zone, die ich immer gerne angebe, 38,20er Marke, das ist ungefähr 13.200, 13.090 in etwa, hier die untere Seite ein bisschen tiefer, vielleicht 080. Also das wäre so die Zielzone für den Rücksetzer, aber, und jetzt ist das Spannende und Entscheidende, diese Bewegung ist einwellig aus meiner Sicht, zumindest mal sieht sie nicht wirklich typisch korrektiv aus. Nochmal ganz kurz der Vergleich, so sieht eine starke Bewegung aus, alternativ sieht so eine starke Bewegung aus, korrektive Bewegungen sehen irgendwie so aus, dreiwellig, es gibt noch eine Variante, die ist dann, dass der Hochpunkt ein bisschen höher ist beispielsweise, oder dass es eben mehrfach wackelt. Also das, was wir hier haben bisher, das sieht deutlich mehr nach dieser Geschichte aus, sprich nach einer starken Abwärtsbewegung, sprich nicht nach einer Korrektur. Das heißt, auch wenn wir in unserer Lieblingskorrekturzone angekommen zu sein scheinen, das, was der Markt bisher gemacht hat, sieht nicht nach einer Korrektur aus, und deshalb bin ich aktuell zumindest mal nicht sehr motiviert, jetzt von der Longposition auszugehen, halte ich nicht so arg viel davon, zumindest mal nicht so, wie ich es jetzt gerade gezeigt habe. Ist damit die Chance auf steigende Märkte schon gegessen? Ja, nicht unbedingt. Allerdings vielleicht mit einem Umweg, denn diese relativ starke Bewegung kann ja seinerseits oder ihrerseits wieder zu einer Gegenbewegung führen, die witzigerweise dann ja auch wieder in die Gegenbewegungsbox sozusagen führt, also 61,8er hier oben, die 38,20er, ich mache mal die hier unten weg, diese Linien, dann seht ihr, das ist ungefähr 13.220 beim Index, 13.280 in etwa, kann ein bisschen mehr, ein bisschen weniger sein. So, und da sind wir jetzt beim spannenden Punkt. Nach der starken Abwärtsbewegung kommt der Kurs hier jetzt korrektiv rein, denkt immer dran, wie eine Korrektur aussieht, und geht anschließend nochmal nach unten. Dann hätten wir hier ja wieder dieses Verhaltensmuster der Dreiwelligkeit. Und das wiederum würde anschließend ja durchaus die Long-Seite wieder erlauben. Also jetzt Long zu gehen mit der Maßgabe, ah, der geht jetzt bestimmt weiter, ganz ausschließen kann man das nie, aber ist bei weitem nicht das typische statistisch wahrscheinliche Bild, sondern es ist eher die Abwärtsseite durch diese letzte scharfe Abwärtsbewegung, die wir hier haben. Aber, solange dieser Rücksetzer hier A, B, C sich noch in irgendeiner Form auswirkt, das kann also auch ein bisschen anders aussehen, also so, ich will das mal bewusst machen, damit eure Augen sich so ungefähr an dieses Bild gewöhnen hier. Also starke Seite A, B, C hier runter, wenn der Markt diese Marke bricht, dann geht es hier nach oben, und dann haben wir tatsächlich auch die Chance auf mehr, aber mindestens mal, dass wir das, was wir vorne haben, hier hinten nochmal ansetzen können, so wie ich es jetzt gezeichnet habe, vielleicht 13.550, 500, 600, irgendwie sowas in die Richtung, hängt natürlich auch von diesem Tiefpunkt ab, und den haben wir natürlich hier noch nicht, der hängt ja noch von diesem weiteren Verlauf ab. Also ihr seht, wir haben immer noch, trotz dieses Rücksetzer, das wir hier haben, gucken wir es mal beim DAX an, beim DAX Future an, da ist das Bild natürlich im Wesentlichen genau das Gleiche, ihr seht, das ist auch hier nach dieser Tiefmarke, die wir hier hatten, hier im 4-Stunden-Chart, den relativ starken Anstieg. Wenn wir jetzt etwas bekommen, was dieser Art aussieht, fände ich Long sogar gar nicht so schlecht. So, aber was bedeutet das? Naja, idealerweise sollte es jetzt die nächsten Stunden ein bisschen hochwackeln, also ich kann mir durchaus vorstellen, ich mache das mal so vage hier rein, dass wir in den nächsten Stunden mal einen Dreh bekommen, dafür sprechen immer so ein paar Punkte, wie gibt es da Unterstützungsmarken auf dem Niveau? Ja, wollen wir sie nicht überdramatisieren, aber natürlich gibt es hier jetzt irgendwo verschiedene Marken, wo man sagen kann, ja, guck mal, jetzt hat der Markt dort einen Rücksetzer gesehen, jetzt hier ungefähr 13.100, lass den Kerl doch mal ein bisschen nach oben kommen. Passiert das in einer wackeligen Art und Weise oder eben korrektiven Art und Weise in irgendeiner Form und dann noch mal die Fortsetzung, dann wäre das ungefähr das Bild. Also ganz kurzfristig unter euch vielleicht noch mal einen kurzen Long, wenn das Bild hier sich in der Form in etwa ergibt, lässt sich das natürlich ähnlich handeln wie im Großen, nämlich kleine Aufwärtsbewegungen, ein bisschen abwärts nochmal die Fortsetzung. Ihr seht, das Bild ist fraktal, es wiederholt sich auf den verschiedenen Zeitebenen. Das fände ich eigentlich optimal und würde die Türen für richtig Long durchaus noch mal aufmachen, aber dafür muss er diese Hausaufgaben erst mal bringen. Wenn wir uns mal den amerikanischen Markt angucken, denn der ist ja nicht ganz unentscheidend, auch für den deutschen Markt, wobei wir dazu sagen müssen, dass der deutsche und amerikanische Markt ja nicht immer identisch laufen, sowohl von der Richtung, nicht immer von der Intensität sowieso nicht, dann sehen wir, dass wir übergeordnete natürlich immer noch in einer sehr starken Richtung hier sind nach oben und wir sehen, dass die Abwärtsseite, wenn ich mir die so angucke hier, das ist ganz schön viel überschneidend, also ich würde eher noch sagen, dass die Abwärtsseite nicht die starke ist, also dass der amerikanische Markt vielleicht sogar heute im Laufe des Nachmittags die Aufwärtsrichtung nach wie vor eigentlich spielt. Und das ist die ganz große Hoffnung im Übergeordneten, das soll jetzt nicht das Thema dieses Bildes oder dieses Videos sein hier, aber ich denke mal, die ganz große Hoffnung, die ist jetzt noch da, dass der Markt nach oben geht. Ihr seht allerdings, dass die Marktteilnehmer das nicht uneingeschränkt toll finden mit der Aufwärtsrichtung. Sonst würden sie sich nicht so verhalten. Ihr müsst euch immer vorstellen, wenn der Markt sich schon bewegt und eine Aussage damit ja fällt, die Marktteilnehmer eine Aussage fällen. Viele sagen, ja der Chart sagt, nee der Chart sagt das ja gar nicht. Der Chart sagt nichts. Der gibt nur wieder, was die Marktteilnehmer gerade machen. So, jetzt gucken wir mal, was die Marktteilnehmer heute seit Börseneröffnung gemacht haben. Und jetzt entscheidet ihr, ist das jetzt überzeugend, macht das Laune auf Kaufen. Stichwort ist auch hier wieder Schub hoch, wackelig runter, Schub hoch. Das ist also dreiwellig. Wir haben hier ständig Überschneidung. Aus meiner Sicht sieht das hier noch sehr korrektiv aus. Genauso hier. Das war auch korrektiv. Das ist jetzt in der Vergangenheit, aber damit sich die Augen dran gewöhnen, also starke Abwärtsbewegung, wackelig mit den Gegenbewegungen. Hier viele irgendwie so Gegenbewegungen nach oben. Und dann, wenn der Bruch der Tiefmarken, der Zwischentiefmarken hier passiert, dann eben nochmal die Fortsetzung. Deshalb so richtig, also ich finde zwar die Abwärtsbewegung jetzt auch nicht den Burner, aber da das jetzt für die Nachmittagshändler unter euch ja auch noch nicht wirklich überzeugend ist, würde ich mich nicht wundern, dass der Kurs, wenn er diese Tiefmarken hier nochmal bestößt, ist jetzt hier ungefähr 3900 bei Future auf den S&P, wenn der Kurs das nochmal ein bisschen nach unten fortsetzt. Ich würde mich ehrlich gesagt nicht wundern. Insgesamt allerdings nach wie vor noch ein Bullenmarkt, zumindest mal aktuell. Das ist nicht ganz so beim Nasdaq, denn ihr seht das hier schon, der Nasdaq Future in dem Fall, der ist zwar auch relativ stark nach unten gegangen, aber noch ist das hier, aber ihr seht auch hier, der ist sogar sehr deutlich nach unten, dieser Move. Auch hier dieses eher zögerliche nach oben. Also ich würde mich sogar nicht nochmal wundern, wenn der Kurs nochmal eins tiefer gehen würde. Und das hätte er auch durchaus verdient, einfach wenn man mal guckt, so groß waren Rücksetzer, so groß waren Rücksetzer. Wenn ich mir mal so diese Rücksetzer hier so in etwa so mal vergleiche, ja dann lasse ich ihn doch in Gottes Namen nochmal einmal ein bisschen tiefer gehen hier. Das ist doch jetzt nicht wirklich das ganz große Drama. Und dann kann man von dort gucken, ob der Kurs immer noch nur wackelig hochkommt, dann wird es doof. Naja, was heißt doof? Aber dann heißt es vorläufig nochmal diese Fortsetzung. Nur wenn der Markt dann hier ähnliches Ausmaß, ich kann ja mal ganz grob diese Ausmaß, wie hat er das jetzt so schnell gemacht? Kommt, machen wir das mal hier im 4-Stunden-Chart. Messen wir mal diesen Rücksetzer beispielsweise, zack, dann haben wir da so eine Unterstützung, messen wir diesen Rücksetzer, zack, so in der Richtung. Das klastert in dem Fall nicht, das ist ein bisschen schade, weil ich finde es immer am schönsten, wenn die Marken ganz eng beieinander liegen. Also ihr seht schon, so richtig der Cluster, dass man also sagen kann, okay, da liegen jetzt Marken extremst dicht, da habe ich mich sogar noch verklickt hier, den wollte ich hier, da liegen Marken extremst dicht beieinander, so ein bisschen hier jetzt, da sieht man das ungefähr bei 13, ne, Entschuldigung, 12.040 in etwa, ja, ist wenigstens so ein bisschen was an Levels. Also ihr seht schon, witzigerweise, egal von wo ich aus hier zeichne, es führt mehr oder weniger, bleiben wir mal hier in dem oberen Bereich, zu mehreren Clustern. Das erste ist jetzt die erste Chance, bei 12.030 in etwa, die nächste wäre hier bei 12, nein, 11.980, alles auf dem Future gerechnet, vorsichtig, das müsst ihr gegebenenfalls umwandeln, wenn ihr abweichende Kontrakte handelt, 11.900 hätten wir dann hier und so weiter, also dann haben wir hier vielleicht sogar noch diese Zwischenhochmarke, das sind so die Unterstützungsmarken, die wir hier haben, 11.800, da haben wir also auch noch mehrere, also alles so an Rücksetzern in diesem Bereich würde ich jetzt noch nicht in Rage geraten, also selbst wenn er diesen Umweg dann nochmal macht und sagt, komm, einmal muss ich noch hier irgendwie in der Art, solange er da nicht mehr drunter geht, ist alles noch eigentlich ganz gut, aber aktuell, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so richtig sexy ist das noch nicht, um jetzt schon einzusteigen, ich weiß es nicht, naja gut, also ich muss es nicht wissen, ich muss nur gucken, was der Markt mir liefert, liefert er was dreiwilliges, triggert auf der Unterseite, dann sind es eben gerne nochmal Fortsetzungen hier nach unten, vielleicht sogar noch schöner, er macht es mehrmals, dann kommt man noch ein bisschen höher rein, hier in der Richtung, falls es so aussieht, ja aber wenn es doch long ist, wenn es jetzt doch hoch schießt, naja wenn er den macht, dann habe ich zugegeben, mit meiner Variante jetzt den Anstieg verpasst, weil so toll finde ich das hier noch nicht, aber dann habe ich den verpasst, ja meine Güte, wenn dann der nächste wieder wackelig runterkommt, dann bin ich doch wieder in diesem Verhaltensmuster und habe vielleicht die fünfte oder die nächste Korrektur und dann den wieder im Handeln, das heißt, selbst wenn ich mal einzelne daraus verpasse, denkt immer dran, dreiwillig ist gegen den Trend, dreiwillig ist gegen den Trend, hier konnte man es nicht erkennen, aber es war ja auch eher gegen Ende, achtet immer so ein bisschen drauf, wenn ihr solche Verhaltensmuster habt, dann könnt ihr an diesen Zwischenhochs, an diesen Zwischenhochs überlegen, ob ihr da noch mal Entries reinsetzt, also das ist was für die Nachmittagshändler. Ich hoffe, dass euch das ein bisschen weiterhilft, wie man auf die Märkte in etwa gucken kann, wie man vielleicht abschätzen kann, wie die Marktteilnehmer drauf sind. Viele sagen immer, ja, aber der Chart, der sagt das nicht, nee, der Chart stellt nur das dar, was die Marktteilnehmer machen, der Chart an sich kann gar nichts, ist doch nur ein Anzeiger, der sagt mir auch nichts, außer dass er was anzeigt, aber er zeigt mir eben was an, nämlich was die Marktteilnehmer im Moment machen und daran kann ich dann ein bisschen ablesen, ob die fröhlich, glücklich, traurig, wütend, ängstlich, in Panik oder sonst irgendwie sind. Ich hoffe, dass ihr keine Panik habt, sondern nur einen wunderbaren Nachmittag und Abend, dass ihr viele tolle Trades umsetzen könnt. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal.